1. Johannes 2, Vers 15-17, 1. Johannes 2, Vers 15-17 Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, wenn jemand die Welt liebt hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Du kannst nicht wirklich eine Beziehung mit Jesus haben und gleichzeitig eine Beziehung zu Deutschland haben. Du kannst nicht mit zwei Frauen verheiratet sein und beide gleichzeitig lieben. Das würde nicht funktionieren. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust, der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Der Hochmut des Lebens, weißt du, was Hochmut des Lebens ist? Unter anderem Patriotismus. Das ist der Hochmut des Lebens. Und das ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Hey, willst du nicht als Christ etwas tun, was in Ewigkeit bleibt, was Ewigkeitswert hat, was Bestand hat? Das sollte unser Ziel sein. Nicht etwas Vergängliches. Die Welt vergeht, weißt du was? Deutschland wird vergehen. Und wenn du die Welt lieb hast, dann ist die Liebe des Vaters nicht in dir.